Hallo hier bei Truck Simulator of Road 4. Ich habe weitergespielt seit dem letzten Video, sehr viel weitergespielt. Ich bin jetzt schon auf dem letzten Level und fange das jetzt eben an. Natürlich, wenn der Wunsch besteht, dass ich nochmal in dem Spiel oder auch in anderen Spielen noch ein Video mache, dann könnt ihr mir das jederzeit in den Kommentaren mitteilen. Ich versuche hier den Ton jetzt einigermaßen so anzupassen, damit man meine Stimme aufhört. Beruhig dich, LKW, beruhig dich. Ja, ja, ja. Ja, ja, langsam. Schön langsam fahren, LKW. Schön langsam. Ja, ja, ja. Komm runter. Nein. Jetzt komm aber mal runter hier. Das geht ja mal gar nicht. Was ist das nur? Oh, da muss er verkämpfen. Zurecht sind ja auch die Berge hier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, dass er nicht viel weitergeht. Oh, 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 oh. Oh, nice. Boah, der quält sich hier wirklich wieder, also, weil er ist nicht wirklich eine Qual zu sein. Qual der Wahl. Ei, ei, ei. Ja, hat so geschafft, um die Kuh, oder? Ja, hat so geschafft. Nein, da habe ich es nicht mehr geschafft, um die Kuh. Da habe ich es nicht mehr geschafft. Oh, das ist echt nervig hier, dass der so lange braucht, dass er wieder in die Mittelposition zurückgelandet hat. Der Back gerade ganz schön, muss ich sagen. Ja, das geht hier ja gar nicht. Da kann man ja nicht spielen. So wie der Back. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Mission erreicht. Aber nächste Ebene tippe ich gar nicht erst, weil ich gar nicht wissen will, was dann passiert, weil es keine nächste Ebene gibt. Also, fertig. Bis zu meinem nächsten Video bei Alexo XY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen. Untertitelung des ZDF, 2020